LTG. Dieser Name steht für maßgeschneiderte Logistik- und Transportlösungen entlang der gesamten Lieferkette. Im Vertrauen einer Partnerschaft. Mit drei leistungsstarken Standorten in Süddeutschland. München, Hockenheim und Regensburg. Ein moderner, umweltorientierter Logistikdienstleister. Allein unsere Photovoltaikanlage in Hockenheim erzeugt jährlich 1,5 Millionen Kilowattstunden Ökostrom und spart damit 1.100 Tonnen CO2. LTG ist Inhaber geführt. In der vierten Generation. Straff und dezentral organisiert. Das bedeutet flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege. Hier entstehen effiziente Lösungen für jede Aufgabenstellung. Und die Umsetzung? Zuverlässig, effizient und pünktlich. Diese Werte sind die Basis unserer gleichbleibenden Qualität. Getragen durch unsere motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sinn für Verantwortung und Freude an der täglichen Arbeit prägen bei LTG das partnerschaftliche Klima. Teamarbeit steht dabei an erster Stelle. Hier bringt sich jeder mit seinen persönlichen Stärken ein. Unterstützt durch moderne IT-Systeme, mit denen wir die Prozesse optimal gestalten. Gleiches gilt für unseren Fuhrpark, der tragenden Säule im Geschäftsbereich Spedition. Durch eine moderne Fahrzeugflotte nach neuesten Euronormen und qualifiziertem Personal haben wir für jede Fracht das richtige Transportmittel. Flexibel und immer in der richtigen Qualität. Wir befördern Teil- und Komplettladungen, übernehmen die Distribution und sind als Gebietspediteur tätig. Dabei sind wir nicht auf einzelne Verkehrsträger festgelegt. Eigene Gleisanschlüsse und die LTG Rangierlock ermöglichen besonders klimafreundliche Transportketten. So organisieren wir kombinierten Verkehr, Wagontransporte in gruppierten Einheiten oder Ganzzüge. Moderne Telematik sorgt bei uns für eine lückenlose Kommunikation zwischen Fahrer und Disposition. Eigene Werkstätten garantieren eine hohe technische Zuverlässigkeit. Und dank eigener Waschanlagen spiegelt sich der Qualitätsanspruch von LTG auch im Lack unserer Lkw. Die LTG Tankstellen runden unseren umfangreichen Fuhrparkservice auf wirtschaftliche Weise ab. Beides, Tankstellen und Waschanlagen, stehen auch unseren Partnern und Kunden zur Verfügung. Im Geschäftsbereich Logistik bieten wir Spezial-Know-how in den Bereichen Beschaffungslogistik, Distributionslogistik, Getränkelogistik, Industrielogistik und Warehousing. Wir koordinieren intelligente Transportketten und nutzen dabei die spezifischen Stärken verschiedener Verkehrsträger. Im Bereich Getränkelogistik bieten wir das komplette Logistikmanagement aus einer Hand und organisieren den Warenfluss von der Abfüllung bis zum Point of Sale. Im Bereich Industrielogistik bietet die LTG nicht nur die klassischen Dienstleistungen im Outsourcing, sondern auch umfangreiche Value-Added Services. LTG verfügt über mehr als 130.000 Quadratmeter Lagerfläche. Temperiert und ausgestattet mit modernster Technik. Vor der Umsetzung steht bei LTG immer die ausführliche Beratung. So prüfen wir im Vorfeld die bestehenden Logistikstrukturen und Kosten und erarbeiten für unsere Kunden auf dieser Basis maßgeschneiderte Konzepte. Mit der Analyse legen wir zugleich den Grundstein für unsere langjährigen Kundenbeziehungen. Ganz im Sinne unseres Unternehmensmottos. Im Vertrauen einer Partnerschaft.